Ehh, einen wunderschönen guten Hallo miteinander. Willkommen bei mal wieder Chaos beim Championat. Wie ist das? Ich werde nämlich jetzt das Wood Deer beim Championat bzw. beim Silverglade-Championat testen. Und wie ihr es gerade gesehen habt, habe ich hier irgendwie so kleine Problemchen. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Server liegt, der SSO ja momentan Serverprobleme angedingst hat. Also, den Moment, wo ich das Video aufnehme. Mit mir laufen alle auf der Stelle. Ich war eventuell mit etwas anderem beschäftigt. Uppsala. Okay. Habe ich überhaupt Hufeisen drauf? Ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Wohin muss ich? Scheiße. Ich glaube, ich bin das Championat. Scheiße. Der Championat nach dem Update nicht mehr gegangen. Aber wenn doch, habe ich es vergessen. Ich hätte, oh mein Gott. Oh, Mann. Ich war eine Fülle... Ich... Ich... Das war mein Fehler. Aber es ist so... Guck mal, jetzt leckt irgendwie es gar nicht mehr. Was ist denn da los? Okay, es leckt, es ruckelt irgendwie. Das ist, glaube ich, normal. Was? Oh mein Gott. 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 Warum ist die Banane Kuh? Kann ich da einfach durchlaufen? Ja gut. Sonst heul ich noch. Ich weiß nicht, warum es da stehen geblieben ist. Alle anderen sind nicht stehen geblieben. Habe ich etwas falsch gemacht? Okay. Seit wann ist das Feld so? Verdammt. Oh, ich bin einfach über ihn drüber gesprungen. Ja. So. Ähm. Ähm. Oh Gott. Gott. Hätt mir das nicht ein bisschen... Ich meine... Ich muss gerade durch den ganzen... Es... Ich bin... 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 Hallo. Ist wenigstens... Oh mein Gott. Also... Ich kann nicht klagen bis jetzt. Ich bin nur extrem verwirrt. Ich kenn das einfach noch nicht so. Und weiß nicht wohin. Wo ich durchlaufen kann. Wo ich nicht durchlaufen kann. Wo ich einfach random stehen bleib. Und sonst was. Ah hey. Zum siebten Platz hat's gereicht. Das ist doch schon mal super, oder? Das ging... Es war jetzt nicht das wendigste Pferd. Im Vergleich... Zum Quarter... Also zum Tom... Tom... Tom Poof... Was auch immer zum Tom Tom. Eindeutig besser. Also... Oh mein Gott ist peinlich. Ich war gerade so richtig anders verwirrt. Es tut mir übel leid. Nächste Woche teste ich tatsächlich... Ähm... Eines der neuen Pferde. Ich bin gespannt. Meine Nase wird bis dahin auch wieder frei sein. Die ist gerade ein bisschen... Verrotzt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches der... Zwei... Neuen... Ich testen soll. Dann weiß ich welches ich ausleveln muss. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund und mein Stuhl knarzt. Ciao Kakao. 1 2 2 3 5 6